Ich bin Marina Frenk, ich bin Schauspielerin, Musikerin und Autorin und stelle heute meinen Debütroman, also ich stelle ihn nicht ewig her und gar nicht wahr vor, sondern ich bin in der Diskussion drin und ich arbeite gerade an unterschiedlichen Dingen. Ich schreibe einiges auf und mal sehen, was das wird, ob das noch ein weiterer Roman wird oder was auch immer. Also ich denke, der Begriff Pluralität sagt das aus, was er aussagt, nämlich, dass es eine Vielfalt an Unterschiedlichkeiten gibt, also ich finde den Begriff jetzt weder falsch noch richtig, sondern ich denke, es kommt darauf an, was gemeint ist, also in welchem Kontext und worum genau es geht. Also ich denke, dass Pluralität und Unterschiedlichkeit eine Gesellschaft überhaupt ausmacht, also Menschen ausmacht, eigentlich jeden einzelnen Menschen in seiner Unterschiedlichkeit zu jedem einzelnen Menschen und alles andere ist ein Versuch, das zu unterdrücken. Ich denke, solange es unterschiedliche Menschen gibt, gibt es auch Konflikte, die wird es immer geben und die Frage ist, wie man mit diesen Konflikten umgeht. Also woraus entsteht jetzt ein Konflikt, der einen bestimmten pluralen Kontext angeht oder so? Also ja, die Frage ist, wie man mit den Konflikten umgeht. Ja, ich versuche immer, die Unterschiedlichkeit von allem irgendwie im Auge zu behalten. Also das ist ja eigentlich schon fast so ein alltäglicher Vorgang, finde ich, oder man kann sich das zur Aufgabe machen, das auch als alltäglichen Vorgang irgendwie zu nehmen, quasi in der Welt, in der man sich bewegt, egal wo, die Unterschiedlichkeit von Menschen und von, ich weiß nicht, von allem eigentlich irgendwie wahrzunehmen oder eben auch nicht die Unterschiedlichkeit, sondern die Ähnlichkeiten. Aber ich denke, es ist einfach in unserem Leben mit drin, wenn man es zulässt. Herkunft ist erstmal ein Thema. Es gibt auch noch viele andere Themen und ich glaube, es ist wichtig, überhaupt erstmal für sich zu definieren, was Herkunft bedeutet, in welchem Kontext das jetzt verwendet wird. Also geht es jetzt darum, aus welchem Land ich komme oder geht es darum, wo ich quasi emotional das Gefühl habe, wo ich herkomme oder geht es um den Beruf, den ich gewählt habe, wo ich das Gefühl habe, da gehöre ich hin, da komme ich dann irgendwie auch her. Also das eine ergibt das andere. In meinem Fall jetzt bei dem Debütroman, den ich jetzt da habe, ist Herkunft eins der Themen, weil die Figur versucht, sich in die Familiengeschichte zurückzuversetzen und da geht es um unterschiedliche geografische Orte auch, aber es ist nicht das Hauptthema. Für mich ist Herkunft nichts, was ich jeden Tag so zelebriere oder so oder was ich spüre, eigentlich eher genau sogar andersrum. Also ich spüre das eigentlich sehr, sehr wenig tatsächlich, habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Also ich glaube, ich denke, das ist, ja, das unterscheidet sich von Fall zu Fall, ist also auch plural. Also ich denke, was das Schreiben angeht, ist Erinnerung ein wichtiger Begriff, weil ich glaube, Schreiben hat immer irgendwas mit Erinnerung zu tun, selbst wenn man nicht autobiografisch Dinge aufschreibt. Aber Schreiben ist eigentlich so ein erinnernder Vorgang, habe ich das Gefühl. Also selbst wenn man etwas aufschreibt, was man nicht erlebt hat, ist es trotzdem, wie man versucht, sich an das zu erinnern, was man gerade erfindet. Und Herkunft, ja, das, also für mich persönlich war das in dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, eins der Themen. Das war ein wichtiges Thema, weil ich da autobiografische Dinge zum Teil auch aufgegriffen habe aus meiner Familiengeschichte, die ich zum Teil wusste. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt jeden Tag auseinandersetze.